Ich bin Vanessa Lachey. Und ich bin Nick Lachey. Willkommen bei Love is Blind. Was hat euch an Love is Blind angesprochen? Ich möchte jemanden finden, der mit mir durch dick und dünn geht. Bisher habe ich auf Äußerlichkeiten Wert gelegt, hat mir aber nichts gebracht. Ich hoffe, jemanden zu finden, der meine starke und meine schwache Seite akzeptiert. Meine Zukunftige soll zuerst meine Persönlichkeit kennenlernen. Es macht mir Spaß, mir meine Zukunft auszumalen. Bei einem konventionellen ersten Date wird man aber für verrückt erklärt, wenn man fragt, ob sein Gegenüber Kinder möchte oder wie er sich die Ehe vorstellt. Hier ist kein Thema tabu.